Auch wenn es so aussieht, was hier abhebt, ist kein Ufo, sondern ein Schwebelutschprecher auf einem Magnetfeld. Dieser ist Teil des Audiosystems Mars for Crazy Baby. Ein Aktiv-Lutschprecher mit ziemlich ausgefallenem Design. Der Subwoofer ist die Landebasis. Der Mittel- und Hochtöner dreht in der Luft und bietet Lechteffekt. Die eigentliche Idee ist aber, dass es ohne Verbindung zum Subwoofer keine Vibrationen und darum keine hörbare Verzerrungen mehr geben soll. Beide Lautsprecher haben einen Akku eingebaut. Falls einem Ufo in der Luft der Strom ausgeht, landet es von selber wieder und ladet drahtlos auf. Unterwegs wird der Oberteil zum handlichen und wasserfesten Bluetooth-Lautsprecher für das Smartphone. Der Akku soll bis zu 8 Stunden halten. Intelligent. Wenn man mit dem Ufo den Raum verlässt, stellt die Basisstation von selber wieder ab. Das Audiosystem lässt sich bequem aus der Crazy Baby App aussteuern. Dort kann man die Flughöhe und die Beleuchtung einstellen und den Equalizer regeln. Klanglich spielt das Gerät nicht ganz in der Top-Liga. Mit einem speziellen Design fällt das Crazy Baby Mars aber definitiv auf und bringt ein neues Erlebnis. Und wer mehr will, kann auch zwei Geräte kuppeln. Der Akku. Der Akku. Der Akku. Der Akku. Der Akku. Der Akku.